Ich will kein Ei auf den Kopf, ich bin nur durch kein... Oh mein Gott! Hey Kinnass! Was geht bei euch ab, Junge? Ihr wisst vielleicht noch, dass ich gesagt habe, dass ich ab und an hier ein bisschen Abends Race spielen werde und wenn ich es verliere, muss ich dann eine Bestrafung mir selbst praktisch antun, die ich davor auswähle. Und ich würde sagen, das beginnt jetzt hier. Ich muss den letzten hier neifen, sonst habe ich verkackt. Die Bestrafung ist ein Ei, das ich mir auf den Kopf schlagen muss. Also auf dem Kopf zerschlagen muss, wenn ich verliere. Ja. Ja, komm. Oh. Ich will auf jeden Fall kein Ei auf dem Kopf haben, deswegen gewinne ich jetzt kurz. Shit. Oh Mann. So, jetzt fick ich sie alle. Aber der ist eigentlich hängen geblas... Nein! Wie so ein Kackbock. Ja, wie ich... Mit meiner geilen Galil... Na, von der Seite kommt da ein Gepimmelt. Fast hart auf die Fresse bekommen. Okay, ich bin erster. Ich würde sagen, lockere Runde, oder? Easy peasy. Oh, Pump. Nein, mit einem HP. Kein Problem für mich. Scheiße. Hätte man machen können. Ja. Nice shot. Oh. Hopp. Fuck. Hopp. Hopp. Ich brauche einen kleinen Vorsprung für die scheiß Knife-Runde dann. Ja. Ja. Man, six, you're a very good player. What? Nice shot. Fuck. Von hinten noch. Mann, was für ein Run gerade eben. Ja. Nein! Warum bin ich gesprungen? Ich wollte halt rüber. Deswegen bin ich gesprungen. Alles klar. Hopp. Ich will kein Ei auf den Kopf. Ich will kein Ei auf den Kopf. Ich bin nämlich kein... Oh, mein Gott! Jetzt sind einfach 100 Milliarden Leute da. Da ist es echt der Todesgang. Das ist die letzte Waffe, ne? Die ich hab. Die ich spielen muss. Also die Elites. Alter, er hat mich noch angeballert, ne? Hat mir noch gegeben. So, scheiße. Noch die Diegel, okay? Oh, oh. Fuck. Ich muss ja weg. Geh weg! Nein, 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 nein. Scheiße, Mann. Okay, ich hab ordentlichen Vorsprung. Mach mal. Oh, wenn ich 10% kriege, Alter, dann lache ich ihn aus. Nein, du Drecksack, Mann. Aber ich würde sagen, es ist ein sicherer Sieg, oder? Sorry, Leute, dass ich mir kein Ei auf den Kopf schlagen muss. Mach mal. Kann, darf, will, soll. Scheiße, Mann. Wir werden ja gerade so hart gefickt. Nein, geh weg! Nein, geh weg! Dieser Hurensohn. Oh mein Gott, dieses... Jetzt hab ich auch noch einen Motherfucker. Ey, ey, Leute. Verpisst euch mal jetzt. Nein! Fuck, von der falschen Seite! Jetzt! Nein, geh weg! Da jagt mich dieses Arschloch. Dieses Idiot. Immerhin bin ich tot. Ey, die jagen mich, Mann, die Schweine. Scheiße, ich gehst nicht hin. Wie sie alle sagen. Alter, du hast es voll verdient. Du bist der Beste auf der Welt. Wir lieben dich so sehr. Deine Eier sind so groß. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde sagen, ich hab das Ei erstmal abgewendet. Und ja, danke schön. Ciao, ciao.